Tante Zahnweh Woher haben wir die Geschichte? Willst du es wissen? Wir haben sie aus dem Fass mit dem alten Papier darin. Manches gute und seltene Buch ist zum Fettkrämer und zum Gemüsekrämer gewandert. Nicht zum Lesen, sondern als Gebrauchsartikel. Sie brauchen Papier zu Tüten für Stärke und Kaffeebohnen, Papier für Salzheringe, Butter und Käse. Geschriebene Sachen sind auch brauchbar. Oft wandert in die Bütte, was nicht in die Bütte wandern sollte. Ich kenne einen Gemüsekrämerlehrling, Sohn eines Fettkrämers. Er ist aus dem Kellerladen zum Erdgeschossladen emporgestiegen. Ein Mensch mit großer Belesenheit, Krämertütenbelesenheit von gedruckten und auch von geschriebenen Tüten. Er hat eine interessante Sammlung und darin mehrere wichtige Aktenstücke aus dem Papierkorb dieses oder jenes allzu Beschäftigten, zerstreuten Beamten den einen oder anderen vertraulichen Brief von Freundin an Freundin. Skandalmitteilungen, die nicht weitergehen, von keinem Menschen besprochen werden sollten. Er ist eine lebende Rettungsanstalt für einen nicht geringen Teil der Literatur. Und zwar in großem Umfang, denn er hat den Laden der Eltern und den des Prinzipals und hat dort manches Buch oder Blatt eines Buches gerettet, das es wohl verdienen würde, zweimal gelesen zu werden. Er hat mir seine Sammlung gedruckter und geschriebener Sachen aus der Bütte gezeigt, meistens aus der des Fettkrämers. Da lagen ein paar Blätter eines größeren Schreibheftes. Die besonders hübsche und deutliche Handschrift zog meine Aufmerksamkeit auf sich. »Das hat der Student geschrieben«, sagte er. »Der Student, der hier gerade gegenüber wohnte und der vor einem Monat gestorben ist. Er hat schwer an Zahnschmerzen gelitten, wie man sieht. Es ist ganz lustig zu lesen. Hier ist nur noch wenig von dem Geschriebenen. Es war ein ganzes Buch und noch etwas mehr. Meine Eltern gaben der Wirtin des Studenten dafür ein halbes Pfund grüne Seife. Hier ist das, was ich gerettet habe. Ich lieh es mir, ich las es, und nun teile ich es mit. Die Überschrift lautete »Tante Zahnweh« 1. Tante gab mir Süßigkeiten, als ich klein war. Meine Zähne hielten es aus, wurden nicht verdorben. Nun bin ich älter geworden, bin Student geworden. Sie verwöhnt mich noch immer mit Süßem, sagt, ich sei ein Dichter. Ich habe etwas von einem Poeten in mir, aber nicht genug. Oft, wenn ich durch die Straßen der Stadt gehe, kommt es mir vor, als ginge ich durch eine große Bibliothek. Die Häuser sind die Bücherregale. Jede Etage ein Brett mit Büchern. Hier steht eine Alltagsgeschichte, dort eine gute alte Komödie, wissenschaftliche Werke aus allen Gebieten, hier schon Literatur und gute Lektüre. Ich kann über all diese Bücher fantasieren und philosophieren. Es ist etwas von einem Poeten in mir, aber nicht genug. Viele Menschen haben gewiss ebenso viel davon in sich wie ich und tragen doch kein Schild oder Halsband mit dem Titel Poet. Ihnen und mir ist eine Gottesgabe, eine Gnade geschenkt, groß genug für einen selbst, aber allzu klein, um wieder anderen mitgeteilt zu werden. Es kommt wie ein Sonnenstrahl, erfüllt Seele und Gedanken. Es kommt wie ein Blumenduft, wie eine Melodie, die man kennt, ohne sich erinnern zu können, woher. Neulich abends, ich saß in meiner Stube, hatte Lust zu lesen, aber kein Buch, kein Blatt, fiel plötzlich ein Blatt frisch und grün vom Lindenbaum. Ein Lüftchen trug es durch das Fenster zu mir herein. Ich betrachtete die vielen verzweigten Adern. Ein kleiner Wurm bewegte sich darüber, als wolle er das Blatt gründlich studieren. Da musste ich an die Menschenweisheit denken. Wir kriechen auch auf einem Blatt herum, kennen nur das, und dann halten wir sogleich einen Vortrag über den ganzen großen Baum, die Wurzel, den Stamm und die Krone, den großen Baum, Gott, Welt und Unsterblichkeit. Und kennen von dem Ganzen nur ein kleines Blatt. Wie ich dort so saß, bekam ich Besuch von Tante Mille. Ich zeigte ihr das Blatt mit dem Wurm, sagte ihr meine Gedanken darüber, und ihre Augen leuchteten. Du bist ein Dichter, sagte sie, vielleicht der Größte, den wir haben. Sollte ich das noch erleben, so gehe ich gern in mein Grab. Du hast mich immer, schon seit Brauer Rasmussens Begräbnis, mit deiner gewaltigen Fantasie erstaunt. Das sagte Tante Mille und küßte mich. Wir warten... ... ...